Sehr schick, leicht und windabweisend, die Focus-Laufjacke von Craft bietet alles, um sich auch an frischeren Lauftagen wohlzufühlen. Sie ist ein stylisches Federgewicht, das man immer gut gebrauchen kann. Mit ihrem ausgefallenen Muster und der schönen Farbgebung macht sie einfach Lust auf Sport. Sie schützt dich effektiv vor Wind und der daraus resultierenden Kälte und bei Bedarf kannst du auch einfach die Kapuze auspacken und aufziehen, so wird der Kopf warm gehalten. Man fühlt sich frei und unbeschwert, weil sich die Jacke einfach sehr leicht an den Körper anschmiegt. Auch die vorgeformten Ärmel und der bequeme Schnitt tragen zum hohen Wohlfühlfaktor bei. Der wäre natürlich eingeschränkt, wenn das Material nicht aus atmungsaktiven Fasern bestünde. Diese sorgen zusammen mit den großflächigen, sinnvoll platzierten Mesh-Einsätzen für ein gutes Körperklima und optimale Belüftung. Neben dekorativen Reflektoren für schnellere Sichtbarkeit stellt dir die Jacke auch eine Brusttasche für deine Laufutensilien bereit. Übrigens kannst du diese Tasche auch nutzen, um darin die Jacke in sich selbst zu verstauen. Und wie du siehst, kannst du die Jacke sehr schön mit den anderen Textilien aus der gleichen Kollektion kombinieren. Hol dir die schöne und super leichte Fokusjacke von Kraft als stylischen Windschutz für dein Training. Du bekommst sie entweder über deine Runners Point Filiale oder hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.